Wir wollen mal aus der Sicht der Tiere einfach darstellen, was würde passieren, wenn Tiere wirklich eine Demo machen. Letztendlich geht es um Klimawandel. Es geht darum, dass in einem Monat etwa der Nachfolger des Kyoto-Protokolls ratifiziert wird, das Paris-Protokoll, wo die nächsten 30 Jahre Klimawandel festgelegt werden. Wenn man in die genauen Formulierungen guckt, merkt man relativ schnell, dass es nichts ist, woran sich irgendwelche Politiker halten müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017